Dauert der Typ gerade aus dem Bild ab. Willkommen zurück bei Gorgor. Warum müssen wir abgehauen? Hallo? Achso, stimmt. Können wir ihn nochmal hochschicken da vielleicht? Wir müssen jetzt noch hier die Leitergeschichte mal ein bisschen tauschen, ein bisschen rumbusteln und wursteln. Können wir ihn dann auch, kommt er automatisch hoch? Nein. Ich glaube, wir müssen ihm hier wieder sagen, wo es dann lang geht. Genau. Ähm. Da sind wieder die Hochzeichen. Äh, da. Das machen wir dann runter. Dann will er wieder hochrennen. Genau, dann kommen wir ihm hinterher. Ich erinnere mich. Wir haben aktuelles Problem, dass wir ihn wieder groß machen müssen. Der Kerl hier. Dass er wieder groß wird. Wir haben ihn ja durch, nein. Wir haben ihn hier bei der Bahn abgesetzt bei der Station. Haben ihn durch ein sehr kleines Mauseloch quasi in der Wand gequetscht. Und müssen ihn jetzt wieder irgendwie zurück bewegen und befördern hier. Und er hängt jetzt fröhlich vor sich hin, ne? Ja, super. Kann ich ihn jetzt hier abladen? Ne, ne? Ist eine andere Farbe, das passt nicht. Aber, da haben wir noch eine, genau, weiteren Teil der Gelbeleitung. Jetzt ist er wieder groß. Fantastisch. Es ist ein sehr ulkiges Spiel. Die Ideen sind echt super. Muss ich mal anmerken. Oder für meinen Geschmack, ne? Vielleicht findet von euch das jemand total doof. Ich weiß es nicht. Ne, Kreativität mag ich nicht. Ekelhaft. Bah. Kann er sein. Uh, der ist direkt reingegangen. Hat die Glocken geläutet. Hier ist direkt offen. Okay. Ah, ne, er läutet gar nichts. Da ist auch vor allem keine Glocken. Er kann auch nichts läuten. Aber er kann endlich das Früchte mampfen. Oder sammeln. Hat er alle, ne? Dann ist das Spiel jetzt zu Ende. Folge zu Ende. Muss er jetzt noch an das denken, oder was? Ich habe doch begrenzte Möglichkeiten hier. Ah. Muss er da an das denken, oder was? Ne. Hä? Begrenzte Möglichkeiten? Muss er an Schnibbelzeug denken? Hier waren wir ja schon. Äh. Okay. Da kann ich noch weiter raus. Hat aber kein... Doch, ich kann noch weiter raus. Klar. Ach. Muss er an das Bild denken. Natürlich muss er das. Das hängt er jetzt einfach in den Himmel. Okay. Was auch immer hier passiert? Ich könnte die Story jetzt nicht nacherzählen. Das wäre ein bisschen epischer, wenn es ein Vollbild wäre. Aber in dem kleinen Bild funktioniert es auch ganz gut. Oh. Ach, muss ich jetzt... Muss ich ihm helfen? Nein, oder? Das ist mal ein sanfter Fall. Muss ich ihm jetzt helfen? Okay. Das sind seine Gedanken. Oh, und das sieht ein bisschen kaputt aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus hier. Oh. Oh. Okay. Wurde es wieder aufgebaut? Ne, oder ist das noch weiter in der Vergangenheit? Oder vorher? Ah, das ist cool. Warum zerbricht ich die Schale auch, ne? Mal ganz ehrlich. Was soll denn das? Muss ich jetzt hier eins hinterlegen, oder was? Ja, okay. Muss ich jetzt... Ah. Muss ich hier drin die Farbe ändern? Das sind alles Stellen, wo wir auch schon gewesen sind, ne? Aber der Apfel ist grau. Ah, es ist cool, dass wir jetzt quasi das alles nochmal durchgehen. Quasi nochmal die richtigen Farben finden. Okay. Studiert. Informiert sich. Rot. Oh, es ist rot. Rot. Sehr rot. Sehr, sehr rot. Das passt sogar, ne? Ja. Machen wir das. Rot ist okay. Und rot. Sogar das passende Symbol. Nicht nur die Farbe. Ah, ist ulkig. Ist halt das Prinzip, ist ja jetzt zwar gleich, ne? Aber es passt. Kannst du nochmal verschieben, ne? Da kann ich halt reinklicken, ja. Und sonst nicht weiter, oder was? Ich kann da... Ah, natürlich doch. Habe ich gar nicht versucht. War rausgebrannt hier, warte mal. Ach, jetzt muss ich hier drin was... Das ist ja albern. Das passt vor allem nicht. Das passt auch nicht direkt. Muss ich da noch weiter rein. Okay, das passt noch nicht. Jetzt passt es. Oh, das ist ein schönes Grün. Das ist ein schönes, saftiges, gesundes Grün. Das ist auch nett. So gefällt mir das. Ah, sieht deutlich lebensfroher aus. Müssen wir das alles reaktivieren hier? Okay. Uhu. Was auch immer, da fehlt noch wie ein Mond, ne? So ein kleines bisschen. Oder irgendwas anderes. Warte. Da muss man schon draufklicken, oder nicht? Dann gehen wir noch weiter raus. Was anderes kann ich ja nicht machen hier. Ist das ein Loch ausschnitt? Nein. Kann ich das... Kann ich das einfach... Kann ich das nicht einfach so machen? Das ist ja schwarz. Geht das nicht einfach so? Nö. Schade. Hä? Wo soll ich das denn hinpacken? Oder draufpacken? Oder so? Anklicken kann ich ja gerade nichts. Auch wenn der fröhlich vor sich hin blinkt und blinzelt. Ah, natürlich. Der echte Himmel. Kann man aneinander packen. Sehr gut. Milchstraße. Kann jemand doch hochfliegen zum Licht? Macht sie. Sehr gut. Zum Stern. Uh. Zündet die gerade? Okay, die zündet gerade den Himmel an. Das ist schön. Kann man machen, wenn einem langweilig ist. Das geht, theoretisch. Ihr denkt noch an der richtigen Stelle an das Bild. Huch. So lustig, dass sich das dann auch so verschiebt. Fömp. Ein knallhartes Fömp. Ob wir auch die Schalte dann erneuern müssen? Wahrscheinlich, ne? Okay, was haben wir hier? Ich denke, am Fenster. Oh, das müssen wir drehen wahrscheinlich einfach nur. Also einfach, ne? So einfach das halt sein kann. Oh ja, das kann nicht einfach sein. Erte. Die Teile haben wir auch alle gesehen, ne? Alle einzeln allerdings. Oder alle anders angeordnet. Oh ja, das kann ich nicht. Sonne. Große Sonne, der läuft da. Oh, ah. Zahnräder, ne? Dreimal klingelt er. Das kann man aber nirgendwo mit verbinden, oder? Kann er da direkt drinnen laufen? Nein. Ah, da drinnen kann er laufen. Klar. Es gibt viel zu viel Sinn. Bis dahin. Brauche ich das auch nicht mehr machen hier. Oder muss ich ihn da rauspacken? Ich muss den irgendwie mit drinnen haben. Einfach draufklicken. Na, passt schon. Zack. Ah, das ist lustig. Das ist cool. So gefällt mir das. Ah, das ist ein schönes Spiel. Ich kann mich da bisher durchaus sehr für begeistern. Falls man das nicht merkt am Rande. Da ist er alt. Wie gesagt, ich könnte jetzt nicht hier die ganze Story deuten. Falls es hier eine Story gibt, könnte ich das nicht alles sagen, was das hier alles soll. Oder wie das alles, wie das alles im Zusammenhang steht. Ah. Aber irgendwie lässt man sich quasi berieseln und hat den Eindruck, man... Ist ja auch gerne mal, wenn man etwas nicht versteht, hat man ja... Also entweder ist es totaler Quatsch, was passiert. Oder ist es einfach so intelligent, hoch und gut durchdacht, dass man vielleicht... Dass das eigene Verstand da nicht hinterherkommt. Oder nicht genug hinterherkommt. Da ist ein Gesicht da unten. Da ist noch ein Gesicht. Lustig wäre es, wenn beim Verschieben sich da noch die Optik verändern würde. Wenn sich da noch Sachen veränderten. Hier vielleicht? Da ist Lila. Hier ist auch Lila. Okay. Planet. Ne, weiter verschieben hätte das Ganze. Okay. Da ist Rot. Ne, Rot haben wir ja schon. Mist. Ähm. Lila vielleicht. Und Rot haben wir doch. Da ist Lila. Ah, da ist Lila. Sehr gut. Sehr gut. Das ist super. Schön, dass man durch die ganzen Screens halt nochmal durchrennt. Als ob es quasi eine Zusammenfassung wäre. Uh. Das ist eine Zusammenfassung. Das ist eine Zusammenfassung. Das ist eine Zusammenfassung. Das ist eine Zusammenfassung. Muss ich was tun? Nein, ich habe keinen Mauszeiger mehr. Es ist leider sehr kurz. Aber sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. Ja. Auf jeden Fall eine Erfahrung. Möchte ich mal so anmerken. Man spielt es nicht, um dafür 100 Spielstunden zu haben. Und eine große offene Welt, die man erkundet. Sondern man spielt es für die Erfahrung. Es ist halt wirklich eine Art Kunstwerk. Mit sehr, sehr netter Atmosphäre. Wo man wirklich eintaucht. Und dann sich einfach so ein bisschen treiben lässt. Bunte Bilder. Atmosphärische Geräusche und Sounds. Eine leicht bizarre Welt. Und gefällt mir so gut. Gefällt mir doch immer noch sehr gut. Und es werden jetzt, weiß ich nicht, anderthalb Stunden, zwei Stunden, knappe zwei Stunden vielleicht. Wie gesagt, ist sehr, sehr kurz. Aber die Bilder wurden alle über Jahre hinweg handgezeichnet. Und entsprechend wahrscheinlich, hätte man das noch länger machen wollen, das Spiel hätte man wahrscheinlich noch entsprechend viel mehr, viel, viel mehr Bilder gebraucht. Und dann wäre das nie fertig geworden. Von daher, die letzte Folge jetzt ein bisschen kurz. Ein bisschen unerwartet kurz. Aber. Ähm. Oh. Kapitelauswahl enthält nun auch die originalen Demo-Version von 2012. Okay. Das heißt. Welche ist denn das hier? Au. Wollen wir das noch kurz anklägen? Das machen wir noch mal kurz. Ja, klar. Ich gebe ja den Quatsch. Von 2012, ne? Das Spiel kam, glaube ich, 2017 oder so raus. Wie gesagt, Jahre, Jahre lang war das anders. Oder wurde dann herumgewerkelt. Ist die Frage, inwiefern das, wie anders das ist. Achso. Ein bisschen, äh, ein bisschen rauer gemalt, gezeichnet, animiert. Weil letztendlich kennen wir ja vieles davon. Ist halt die Frage, wie weit die Demo, inwiefern in der Demo denn irgendwas beschrieben ist. Oder wie weit das beschrieben ist. Ja, haben wir am Ende ja auch gesehen, dass es viel so aussieht. Durchaus spannend. Und halt, dass das Foto entsprechend angeboten worden. Okay. Okay. Ist bisher sehr ähnlich, ne? Wahrscheinlich gut, klar, ne? Inwiefern soll man da auch alles dann quasi anders und neu machen? Da war eine, äh, äh, quasi gezeigt, wie das funktioniert hier. Also, es war schon, äh, äh, schon ziemlich am Anfang fest, wie das Ziel dann sein wird. Sehr, äh, so wie es scheint. Oh, das war anders. Oh, das war anders. Das hat man nicht, glaube ich. Das sah anders aus. Interessant. Glaube ich zumindest. Okay, doch, das sieht ja alles recht bekannt aus. Okay. Vielleicht erinnere ich mich auch einfach nur nicht mehr dran. Aber gerade die ganze Figur, die ganze Animation sieht noch nicht so raffiniert aus. Also, das ist halt sehr, gröber und ungenauer. Okay. Habe ich hier noch was von? Ja, natürlich habe ich das. Das sieht schon alles sehr, 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 sehr fertig aus dann hier. Ah, okay. Ja, okay, doch, klar. Da haben wir schon viel von gesehen, genau. Ja, okay. Ist die Frage, wie weit denn die Demo existiert, ne? Wie wäre das denn funktioniert? Aber man merkt, dass das Konzept damals halt schon vorhanden war. Dass das Konzept damals schon auch sehr sicher umgesetzt war. Okay. Andere Klamotten, okay. Da kommt doch alles schon sehr bekannt vor. Gut, wahrscheinlich wird es einfach nur, äh, ähm, wahrscheinlich wird es nicht mehr so ewig lange dauern hier, sich durchzuklicken. Aber, na, könnt ihr dann, könnt, das könnt ihr dann noch selber machen, falls ihr euch das mal selbst zulegen solltet. Ähm, ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Und hier bei GoGor, ich fand's super, es hat, es hat eine ganze Menge Spaß gemacht. Es ist halt wirklich mal was anderes in dem Sinne. Es ist eine Art Puzzlespiel, es ist eine Art Bilderrätselspiel, es ist, es ist halt so ein Eintauchen und Probieren einfach, ne? Rumklicken, rumschieben, ähm, gucken, was möglich ist und, äh, das gefällt mir sehr gut. Ist eine schöne Sache. Ich mag das, wenn, wenn, wenn abseits von diesen 0815 und erprobten Spielmechaniken, wenn da mal was Neues probiert wird. Und das auch vor allem mit diesem Detailgrad und mit dieser Atmosphäre dann umgesetzt ist. Das ist eine schöne Sache. Von daher würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Und natürlich, äh, viel Spaß noch mit zukünftigen Sachen, die hier passieren werden. Oder natürlich auch, falls ihr Lust habt, es gibt sehr, 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 sehr viele Videos bis bereits auf diesem Kanal, wo ihr euch ein bisschen durch die Playlist stöbern könnt. Es sind über 150 Spiele, die mittlerweile hier verwurstet wurden. Und natürlich auch auf YouTube, äh, auf Twitch, twitch.tv slash Rahmschnitzel, könnt ihr auch gerne noch Livestreams gucken, die fast jeden Tag in der Woche sind. Und das gemeinsam eine ganze Menge Spaß macht, sich durch Spiele zu schlagen und auch mit der Community ein bisschen zu quatschen und zu reden. So, von daher, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei was auch immer. Und ich beende jetzt das Spiel. Holt es euch, falls ihr wollt. Es ist schön. Meiner Meinung nach. Antje und tschüss.